Musik Der guten Ort. Das ist ein bisschen zu wenig für so ein bisschen. So am Augenblick, wo es runtergeht in die Mittellage, müssen Sie mehr geben? Da wird es zu wenig, gell? Ja, das klappt ja. Von sich weg. Der Gott, der Gott, der singt in die Blumen, der Regen. Der Regen, der Regen. Ja, wollen Sie nicht schnappen vor Blumen? Wenn es so geht, ist es wunderbar, wenn Sie es so können. Nein, nein, das geht doch. Sehr schön. Aber, wenn ich das... Wollen Sie es nochmal machen? Ja, bitte. Krühe. Krühe singt in die Blumen der Regen. Ja. Ja, gut. Ich meine, ich könnte Sie heute auch weniger singen lassen, dass es hier richtig klingen würde, aber Sie brauchen es ja fürs Orchester, Sie brauchen es unter Garantie, so viel. Klingt merkwürdig, dass es hier so viel geben muss, aber es ist so. Weiter. Schau, das brauchen wir schon. Wissen Sie, wenn Sie so ungewöhnliche Worte haben in den Gedichten, die müssen Sie dann schon bringen, weil es kommt nicht, man sagt nicht leicht, der Sommer schauert still. Das ist ein ganz poetisches Wort, und das muss man verstehen. Dieses SCH brauchen Sie sehr. Der Sommer schauert Bleiben Sie doch mal klein, konzentrieren Sie sich mal. Es muss nicht hier, jetzt in dem Saal, so klingen, wie Sie es als Lied vielleicht singen würden. Es muss auf Durchtragen durch dieses Orchester da gehen, im Augenblick, gell? Und das heißt nicht lauter, sondern konzentrierter. Der Sommer schauert still. Der Sommer, Sommer, sagen Sie mal Sommer, der Sommer, eben, mehr soll Sie es gar nicht aufmachen für oft. Der Sommer, schon die Muskeln für den Klang, sonst wird es ein ganz trauriger Klang, immer nur, wenn doch so runter geht, gell? Der Sommer, das muss sein, bitte, es gehört, in jedem Klang, sogar für den Bassisten braucht es den Klang. Man hört es im Klang, wenn einer es macht, oder wenn er es nicht macht. Der Sommer, da, die Muskeln, die, 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 nach oben. Jawohl, tun Sie noch. Ja, so. Was ist da passiert? Seinem, äh? Irgendetwas, gell? Und dabei haben Sie so ein gutes Sprungbrett von M, seinem, äh, direkt von dem M, gell? Seinem, äh. Ja, aber nein, weil Sie seinem, äh, und es dann entwickeln, statt dass wirklich das äh sofort bringen. Seinem, äh. Seinem, äh, und, gell? Es ist ein bisschen zu wenig. Geben Sie ein bisschen mehr. Sie brauchen mehr. Jetzt schon. Seinem. Aber deswegen nicht den Mund länger aufmachen, länger, sondern im Gegenteil, in die Resonanz zu setzen, in die Resonanz. Seinem Ende nicht endend gegen. Es ist wunderschön hier, Kind, entzückend. Nein, nein, ich weiß nicht. Aber das geht nicht mehr mal fest, gell? Ah. Goldentroft, blattum, 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 blattum. In den Schildentuft, Blatt, um Blatt. Blatt, um Blatt, um Blatt. Es wird zu dunkel, wenn Sie das zu... Blatt, um Blatt. Warum denn? In die Maske, gerade in der Stelle, wo das... Blatt, nicht Blut, Blatt, in die Maske. Blatt, Blatt, nicht Blut. Blatt, Blatt, da rein, in die Maske. Dafür ist in dieser Lage, Kind, diese ganze Lage. Blatt, 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 Blatt. Wo das M wäre. Hören Sie nicht im Theater die Tenöre rumlaufen und machen... In diese Maske. Wir da in der Mittellage, in dieser Mittellage. Goldentuft, Blatt, um Blatt. Blatt, um hohen Akkuzen. Es ist sehr hübsch, Kind, aber es ist nicht wirklich in der... Es ist zu wenig, um eine ganze Schattierung. Sie machen ein Aquarell jetzt im Augenblick. Und zwar ein sehr helles, sehr, sehr unbestimmtes Aquarell. Das ist es aber nicht. Gell? Von. Um hohen Akkuzen. Ein Gutes, ein Gutes, ein Gutes. So. Nicht so lange davor. Es ist wieder zu lange. Das ist das Suchen, weil ich das schon in der letzten Sekunde, gell? Das ist genügend. Und jetzt geht's? Stahlschuss. Aber wie ich, im Prinzip, Sie hat ja recht, im Prinzip ist es richtig und ihr macht es nur alle nicht. Aber ganz kurz davor, gell? Ja, okay. So. Das nicht. Müssen Sie beim Einatmen das machen? Muss das sein? Na, das muss nicht sein, gell? Sie werden, falls Sie zu breit werden, Sie werden zu breit. Herr Sisko, anders, Kind, um Gottes Willen, macht Spielermann. Ja, 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 ja. Nicht das machen. So. Nicht das. Hier, das runter, nicht den Kopf runter. Ja, das Kind, die ganze Zeit. Ja. Machen Sie, gell? Es ist noch woanders, es ist noch woanders. Sie müssen hier runter. Ich meine, wirklich da. Oh, da, da, diese Kinnlade da. Die geht in den Holz hinein. So, man läuft, er stammt und ruft. Wieder zu wenig. Ja, die Idee ist richtig, aber es braucht eben wegen des Orchesters ein bisschen mehr. Ja, ich fühle jetzt, was Sie meinen. Wenn Sie einmal mitsingen, dann kann ich das wieder in mich selbst. Okay. Also, wissen Sie es jetzt? Na, noch einmal, komm her. Ja. Noch einmal. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020